Als Zellkultur wird die Kultivierung tierischer oder pflanzlicher Zellen in einem Nährmedium außerhalb des Organismus bezeichnet. Zelllinien sind Zellen einer Gewebeart, die sich im Lauf dieser Zellkultur unbegrenzt fortpflanzen können. Es werden sowohl immortalisierte Zelllinien als auch primäre Zellen kultiviert. Als Primärkultur bezeichnet man eine nicht immortalisierte Zellkultur, die direkt aus einem Gewebe gewonnen wurde. Zellkulturen finden breite Verwendung in der biologischen und medizinischen Forschung, Entwicklung und Produktion. Geschichte Seit den Anfängen der naturwissenschaftlichen Forschung gab es Bestrebungen, Zellen und Gewebe auch außerhalb eines Organismus am Leben zu erhalten, um sie so nähergehend untersuchen zu können. Wilhelm Ruge lang es erstmals 1885 Embryonale Hühnerzellen für mehrere Tage in einer Salzlösung am Leben zu erhalten und so das grundlegende Prinzip zu demonstrieren. Im Jahr 1913 zeigte Alexis Carroll, dass Zellen auch länger in Zellkultur wachsen können, insofern sie gefüttert und aseptisch gehalten werden. Die älteste tierische Zelllinie ist vermutlich das Sticker Sarkom, ein infektiöser Tumor natürlichen Ursprungs, der vor etwa 200 bis 11.000 Jahren entstand. Seit seiner Entstehung hat das Sticker Sarkom etwa 1,9 Millionen Mutationen angesammelt, 646 Gene wurden dilettiert. In den Jahren 1951-1952 wurde erstmals eine unsterbliche menschliche Zelllinie aus einem Zerwixkarzinom etabliert, welche später unter dem Namen Hela bekannt wurde. In den folgenden Jahrzehnten wurden insbesondere Nermedin, Wachstumsfaktoren und Bedingungen weiterentwickelt und neue Zelllinien etabliert. Cäsar Milstein und George Köhler entdeckten 1975 die Möglichkeit zur Bildung monoklonaler Antikörper durch Zellfusion von Lymphozyten mit Krebszellen. Darüber hinaus wurden in diesen Jahren Methoden zur gezielten Einführung und Expression von Genen in Zellen, die sogenannte Transfektion, entwickelt. Körperzellen, die noch nicht ausdifferenziert sind, sogenannte Stammzellen, wurden erstmals 1981 aus Blastozysten einer embryonalen Maus isoliert. Sie neigen in vitro dazu, spontan zu differenzieren. Dies kann durch Faktoren unterbunden werden, welche die Selbsterneuerung der Zellen fördern. Mehrere solcher Stoffe wurden seit der Ende der 1980er Jahre identifiziert. Die Forschung in diesem Feld konzentriert sich derzeit auf die Kultivierung und gezielte Ausdifferenzierung von sowohl embryonalen als auch adulten Stammzellen. Prinzip Das Anlegen von Primärkulturen kann aus unterschiedlichen Geweben erfolgen, beispielsweise aus ganzen Embryonen oder einzelnen Organen wie Haut. Niere-USW Das Gewebe wird mit einer Proteis, beispielsweise Trypsin, behandelt, die die Proteine abbaut, die den Zellverband aufrecht erhalten. Dadurch werden die Zellen vereinzelt. Durch Zugabe von Wachstumsfaktoren können gezielt manche Zelltypen zur Teilung angeregt werden. Bei schlecht wachsenden Zelltypen werden auch Fütterzellen Basalmembranatige Matrices und rekombinante Bestandteile der extrazellulären Matrix verwendet. Die einem tierischen oder humanen Gewebe entnommenen Tumorzellen werden nach anfänglichem Wachstum auf einem Nährboden durch Analyse von Oberflächenantigenen oder des Genoms analysiert und ausgewählt, um dann einen großen Tumorzellklon in Kultur zu bringen. Die Zellen können auch durch Einschleusung eines Plasmids als Vektor genetisch verändert werden. Von der Stammkultur werden Zellen abgenommen und in flüssigem Stickstoff tiefgekühlt und stehen so dem Versand an andere Forschungseinrichtungen zur Verfügung. Die meisten Zellen besitzen eine eingeschränkte Lebensdauer, mit Ausnahme von einigen von Tumoren abstammenden Zellen. Nach einer bestimmten Anzahl von Verdopplungen gehen diese Zellen in die Seneszenz und teilen sich nicht mehr. Etablierte oder unsterbliche Zelllinien haben die Fähigkeit erlangt, sich unendlich zu teilen, entweder durch zufällige Mutation oder durch gezielte Veränderung. Man unterscheidet auch adherentwachsende Zellen wie beispielsweise Fibroblasten, Endotelzellen oder Knorpelzellen von Suspensionszellen, die frei im Nährmedium schwimmend wachsen, wie zum Beispiel Lymphozyten. Die Kulturbedingungen unterscheiden sich stark zwischen den einzelnen kultivierten Zelllinien. Die verschiedenen Zelltypen bevorzugen dabei unterschiedliche Nährmedien, die spezifisch zusammengestellt werden, beispielsweise der pH, der Anteil an Aminosäuren oder Nährstoffen. In der Regel wachsen Säugerzellen bei 37 Grad Celsius mit einer Atmosphäre von 5% CO2 in speziellen Inkubatoren. Je nach Teilungsrate und Dichte der Zellen werden die Zellverbände alle paar Tage gelöst und auf neue Gefäße verteilt. Bei adherenten Zellen in kontinuierlicher Kultur werden die Zellen regelmäßig vereinzelt, um eine Konfluenz und die damit verbundene Zellkontakthämmung zu vermeiden. Anwendung Zellkulturen finden besonders in Forschung und Entwicklung breite Anwendung. Der Stoffwechsel, die Teilung und viele weitere zelluläre Prozesse können so in der Grundlagenforschung untersucht werden. Weiterhin werden kultivierte Zellen als Testsysteme eingesetzt. Beispielsweise bei der Untersuchung der Wirkung von Substanzen auf die Signaltransduktion und Toxizität der Zelle. Hierbei wird auch die Anzahl von Tierversuchen drastisch reduziert. Für die Herstellung von etlichen biotechnischen Produkten haben Zellkulturen ebenfalls hohe Bedeutung. Beispielsweise werden monoklonale Antikörper für Forschung und therapeutische Anwendung in der Medizin mittels Zellkultur hergestellt. Obwohl einfache Proteine mit weniger Aufwand auch in Bakterien produziert werden können, müssen komplexere Proteine in der Zellkultur hergestellt werden, da nur hier die passenden Glykoselehrungen der Proteine erfolgen. Ein Beispiel hierfür ist Erythropoietin. Auch viele Impfstoffe werden in der Zellkultur hergestellt. Für die Entwicklung und die Realisierung von industriellen Zellkulturprozessen werden Bioreaktoren eingesetzt, teilweise in Insektenzellkultur. Dabei sind für die Herstellung von biopharmazeutischen Produkten ein Weg Bioreaktoren von vermehrtem Interesse. In der Pflanzenvermehrung erzeugt man bei der pflanzlichen Gewebekultur aus Zellkulturen komplette Pflanzen. Zellkulturlinien Siehe auch, deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen bietet verschiedene Tests an, um die Identität und Sauberkeit von Zellkulturen zu überprüfen. Referenzen C. Morgia J. K. Pritchett S. Y. Kim A. Fassati R. A. Weiss. Clonal Origin and Evolution of A. Transmissible Cancer. In Zell-Band 126 S. 477-487. PMID 16.900.1782 PMC 2.593.932 I. D. O'Neill. Concise Review. Transmissible Animal Tumors As Models of A. Cancer Stemmcell Precess. In Stemmcells Band 29 S. 1909-1914 Doi 10,1002 Stemm. PMID 21.956.952 A. B. H. G. Parker E. A. Ostrander Hiding in Plain View an Ancient Dog in the Modern World In S. 343 S. 2014 S. 376-378 Doi 10,126 S. 1.248.812 Landmarks Z. B. Nivroschschat Michael Detmau A. Effects of Rifen Alpha Beta N Gamma on the Morphology Proliferation End Cell Surface Antigen Expression of Human Dermal Microvascular Endothelial Cells in Vitro In Journal of Investigative Dermatology 95 S. 9590 S. 693-699 Doi 10,1111-1523-1747. 7. I. 12.514-7. Edwin W. Ades Francisco J. Kendall U. A. H. M. E. C. 1. Establishment of Unimmortalized Human Microvascular Endothelial Celline In Journal of Investigative Dermatology 1992 B. 99 S. 683-690 Doi 10,1111-1523-1747. 7. I. 12.613-748 S. Rashid W. A. Nelson Ress E. M. Toth P. Arnstein M. B. Gartner Characterization of Unimmortalized Human Sacre Celline In Cancer 1974-33 S. 1027-1033 S. 1027-1033 S. P. Arnstein M. B. 4.132-1053 S. Christia Sandström Kenneth Nilsson Establishment and Characterization of a Human Histiozytic Lymphoma Celline In International Journal of Cancer 1976-17 zu 565-577